Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln? Was ist dir lieber? Normale Kartoffeln. Was ist dein Lieblingsort? Zuhause. Okay. Rap oder Pop? Pop. Das erste Kuscheltier, was du bekommen hast, was war das für ein Kuscheltier? In welchen Namen hat er es? Ich kann mich gar nicht an so was herinnern. Ich war jetzt nicht die, die so mit Spielzeugen gespielt hat. Nicht so krass. Also eher mit Autos und so, weil mein Bruder damit gespielt hat und ja. Okay. Warm oder kalt? Warm. Hüpfburg. Peinlich oder cool? Cool. Okay. Katzen oder Hunde? Hunde. Okay. Lieblingsessen? Pizza. Fantasy oder Science Fiction? Science Fiction. Das schönste Kompliment, was du je bekommen hast? Die glauben, dass ich einen schönen, einen guten Charakter habe?